Skyman Speed So Leute Wir haben heute einen Skyman Speed 15 Quadratmeter Das ist relativ böig heute Aber wenn man weiß wir kein Problem für den Film Der Meerwind geht am besten in die hintere Linenebene Weil er da nicht so sücht Ansonsten, wenn wenig ist gerne auch mit der Bremse Also vom Steilten her hat man nicht gesehen Es war jetzt relativ viel Wind Lassen wir noch mal kurz ein Also einfach ein bisschen ein Ein bisschen mitgehen Und schon gleich tanzt Dann wollen wir einmal einigen Ein bisschen Wenn einmal ein Stück höher fliegen Ansonsten hat er eigentlich ein extrem leichtes einfaches Handling Richtiger Sturm zum Spazierengehen ist das Nachher Jetzt fahren wir jetzt um Jetzt verziehen wir mal da richtig rein Jetzt verziehen wir mal da richtig rein Schön bleiben wir eben selber wie wir Alles relativ leicht zum Händeln Stock Unsere Startrampe Und Go Juhu Juhu Ja Jawohl Irgendwann mal Lässiges Winter hier Ja Das ist ja so wirklich ein cooles Gerät hier So So viel wenig Und? Nicht, oder? So Leute Ich hoffe das Video hat eigentlich gefallen Wenn ihr Fragen habt Schreibt es mir an Oder kommt es von Markus in Dubai vorbei Ich habe die Ehre Ah